Schalom Freunde der Inflation, wisst ihr was das beste Investment ist während dieser Wirtschaftszeit neben Autos? Richtig, Organe, womit man dann wieder Autos finanzieren kann. Komplett immun gegen Inflation und den freien Markt. Mit Sportwagen fühlen sich einige so unbesiegbar wie Besoffene und Crackheads am Frankfurter Bahnhof. Sportwagen sind dafür gemacht, um gegen den Baum zu driften. Man merkt zwar, dass man jemanden angefahren hat, aber man kann beruhigt aufatmen, weil es nur ein Obdachloser ist. Fahrer davon sind diejenigen, die bei bewölktem Wetter Sonnenbrillen tragen und darin kein Problem sehen. Wenn auch eure Kindheit davon geprägt war, Schulausflüge zum Arbeitsamt zu machen, damit man bestens auf die Zukunft vorbereitet ist, dann like das Video, um dem Kanal beim Wachsen zu helfen. Seid also bitte mein Viagra. Mit dem Maserati Quattro Porto könnt ihr froh sein, dass ihr keinen Opel mit Flügeltüren habt. Maserati stammt aus Italien und heißt übersetzt sowas wie Niemand weiß darin, dass ich so solvent bin wie Apo Red. Circa 17.000 Euro muss man für einen halbwegs vernünftigen Quattro Porto zahlen. Man erhält 400 Pärs aus einem 4,2 Liter Ford Ferrari Saugmotor, der mehr als genug Grund liefert zum Kaufen. Quattro Porto ist in der Oberklasse angesiedelt, wo man tatsächlich mit AMG und Co. konkurrieren darf. Als das Auto 2003 rauskam, waren 5,2 Sekunden bis 100 noch eine andere Hausnummer als heute. Der Motor kam nicht umsonst im Ferrari F430 vor. Bis 2008 war auch ein sportlich angehauchtes Getriebe verbaut, was rausgenommen wurde, weil die Kunden es als zu unkomfortabel betrachteten. Er ist also zu sportlich und gilt somit als Sportwagen. Zwar wiegt er fast 2 Tonnen, aber es ist eine sportliche Luxuslimousine, die dank des Sounds und des Fahrwerks ein ähnliches Gefühl vermittelt, während man Nessun Dorma von Pavarotti mit Erektion hört und die Tränen dabei als Gleitgel benutzt. Problemfrei wird er zwar nicht immer laufen, aber wer italienische Autos geil findet, der geht das Risiko gerne ein, weil er weiß, dass es dazu gehört. Meist gibt es Probleme mit dem Getriebe oder der Kupplung. Ein Grund mehr für ein Modell mit ZDF-Automatikgetriebe. Vorher gab es das Duo Select, was ein automatisiertes Schaltgetriebe ist, welches sich an der Hinterachse befindet. Das sieht bei jedem Schaltvergang dann so aus, als würdet ihr jemanden imaginär natürlich vieler zonieren. Ob ein Maserati günstig im Unterhalt ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Wie gut, dass das heute nicht unser Thema ist. Den inneren Redneck-Brandenburger entfaltet ihr in einem Chevrolet Camaro. Bei amerikanischem Musclecast denkt man eigentlich immer sofort an große V8-Motoren, aber für das Geld kriegt man nur die kleinpimmelige Variante mit V6. Er kostet also eigentlich genauso viel, wie er damals in den USA neu zu erhalten war. Die Besitzer davon sind eben die schlauen Geister, die das Land zum Fortschritt zwingen, wie man sieht. Zwar hat er über 300 PS und ist per se ein Sportwagen, aber er hat so seine Problemchen mit der Steuerkette, Verkuckung, erhöhtem Ölverbrauch und manchmal sogar mit dem Getriebe. Wieso sollte man sich das dann also antun? Ganz einfach, weil es genug Leute gibt, die trotzdem einen holen. Nur die wenigsten geben das aber zu. Viele kennen den Camaro nur aus dem Film Transformers, weil sie da wegen der alten mit dem immer offenstehenden Mund Megan Fox wussten, dass sie doch keine Jungs mögen, was etwas im Widerspruch steht mit ihrer Autowahl. Man muss wissen, dass die V6 Variante nur in den Staaten vorkamen. Sprich, das sind alles Importfahrzeuge aus den US und A. Da sollten definitiv die Alarmglocken läuten, weil die Amis nicht einmal TÜV haben und generell ein komisches Volk sind, wenn es um die Pflege des Autos geht, wie ich mit meinem US-Import BMW erleben durfte. Er läuft zwar, aber das Geld, was ich darin versenkt habe, sehe ich nie wieder. Wer den Kanal Just Rolled In zufällig kennt, weiß, was ich meine. US-Importe sind in aller Regel Unfallfahrzeuge. Wenn das Auto aus Osteuropa stammt, ist besondere Vorsicht geboten, da sie Unfallautos buchstäblich zusammenkleben. Das habe ich bei meinem Lexus LS460 auch selber leider miterleben dürfen, weshalb ich wieder zu Japan importierten Benz bin. Wenn ihr mehr von meinem Stockholm-Syndrom erfahren wollt, dann lasst es mich in der Spalte unten sowie im Kommentarbereich wissen. Solltet ihr auch einen suchen, dann meldet euch bei Ebo von Beyond Cars Japan. Kontaktdaten sind in der Videobeschreibung unten verlinkt. Jeder weiß, dass echte Sportler aus Japan kommen, weshalb sich Hyundai auch daran versucht hat. Hyundai ist zwar ansässig in weniger bösen Korea, aber es ist doch fast das gleiche für uns Europäner. Wir unterscheiden nämlich nicht, weil alles eins ist, ihr Bigotten Hugenotten. Das Hyundai Genesis Coupé kam 2009 heraus und lieferte optional einen 3,8 Liter V6 mit über 300 PS. Nicht wissende Impatinenten würden bei einem 3,8 Liter V6 an den Nissan GTR denken, aber Nissan ist ein japanischer Hersteller. Trotzdem kann man vom Thema Ablenken via Hose runterziehen, um den Gegenüber im Glauben zu lassen, dass es der gleiche Motor ist. Der verwirrte, verstörte Blick auf das verschrumpelte Würstchen ist dann gratis. Modelle ab 2011 sind eher zu empfehlen, da hier die Qualität im Innenraum verbessert wurde. Ein Genesis Coupé ist insofern gut, da man einem noch glaubt, dass man hier noch was mit Tuning am Hut hat. Hier gibt es sogar bezahlbare Turbo-Kids, die das Auto Richtung 500 PS drängen. Ihr seht nicht nur so aus, als hättet ihr statt einen Fahrtdarn Need for Speed gehabt, sondern als wäre es noch stolz auf euch gewesen. Das signalisiert ein Genesis Coupé. Die Tuning-Möglichkeiten sind quasi endlos und man kann sich ähnlich wie bei einem BMW austoben, was die Teileversorgung angeht. Ihr könnt all-in gehen und es ist nicht cringe. Man kauft einem auch das Sportwagen-Image eher ab, als in einem Auto, das nur Sticker drauf hat mit den Buchstaben, den die Besitzer davon als einziges vortanzen können zum Beat ihrer im Amos aufgewärmten Querflöte. Ich meine damit BMW-Fahrer. Der verbaute V6-Motor nennt sich Lambda 2 und bekam 2012 die Direkteinspritzer-Technologie verpasst. Da gibt es ein Problem mit der Verkuckung, was die Luftzufuhr verringert und kurz gesagt schlecht ist. Wie bei allen anderen Direkteinspritzern eben auch. Auch Ölverlust kennt der Motor auch, allerdings ist das Problem meist nach Ölwechseln festzustellen, weil der O-Ring vom Filtergehäuse falsch ist. Bei höherer Laufleistung können es aber auch andere Dichtungen sein, wie der des Ventildeckels. Das ist aber normaler Verschleiß ab einem gewissen Alter. Ab 2013 gab es auch noch eine 8-Gang-Automatik, die zu Beginn etwas problematisch war. Hyundai zeigt sich hier aber sehr kulant. Generell kann man aber sagen, dass der Genesis zuverlässig ist. Typisch Racer eben. Hauptsache erinnert er mich ein bisschen an einen Honda S2000, nur ein etwas moderner. Wenn ihr richtig Bock auf Stress hättet, dann würdet ihr euch ja für BMW interessieren, was die meisten sogar tun. Ein BMW 335i ist durchaus möglich für den Preis. Ein i90 mit N54er Biturbo-Motor ist zwar möglich, aber der wird demnächst separat behandelt. Ich werde euch meine Leidensgeschichte erzählen und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr einen haben wollt. Daher widmen wir uns dem Nachfolgemodell F30 mit dem N55er Motor. Es wird zwar etwas knapp, aber es ist wie im echten Leben. Alles ist möglich. Ihr könnt im Rollstuhl sitzen und trotzdem eurer Frau fremd gehen. Es braucht nur ein bisschen Willen und einen Haufen Zwerge. Der F30 ist generell etwas moderner. Für viele ein Sakrileg. Das liegt primär an der elektrischen Servolenkung. Bei der alten Lenkung im N90 hatte man noch mehr Gefühl. Außerdem kann man die Tachoeinheit, Navigationssystem und Lichter modernisieren beim BMW E90. 335i im F30 schmecken trotzdem, da hier der N55er wie gesagt verbaut ist, auch wenn der F30 schwerer ist als der E90. Zwar kriegt man beim Tuning weniger Leistung raus, aber dafür ist er weniger anfällig als der N55er. Man hat die gleichen Probleme, nur treten sie später auf. Für Enthusiasten fängt BMW fahren ab 3er erst an. Man kann sagen, Sandwich ohne Brot ist ihr Hobby. Nicht zu verwechseln mit dem 3er im Bus. Mit dem 335i hat man das Privileg, Menschen im Straßenverkehr zu zeigen, dass sie illegal auf der Welt sind. Das macht man per Lichthupe und Ausbremsen, nachdem man überholt hat. Meist macht man das bei irgendwelchen Caron Autos, weil die am wenigsten zurückschlagen. Wenn man kein Allrad hat und genau weiß, dass man in andere Verkehrsteilnehmer driftet, dann nennt man den Audi S5. Man steht hier vor dem größten Dilemma seit der letzten Präsidentschaftswahl. Egal was man nimmt, es wird nicht enden wie die Miss Germany Wahl 2024. Man kann hier also nur noch gewinnen. Modelle bis 2010 haben den 4.2 FSI V8 Motor verbaut mit 354 PS. Man ist zwar etwas langsamer und weniger spritsparend unterwegs, aber dafür hat man ein handfestes Argument, was einem seine Impotenz vor einem kurzen Augenblick vergessen lässt. Alternativ kam später der 3.0 T FSI mit V6 und Kompressoraufladung. Der hat zwar etwas weniger Leistung, allerdings nur auf dem Papier, da der 4.2 FSI nach unten streut im Gegensatz zum 3.0 T FSI. Das Leistungspotenzial ist hier deutlich größer, da man ohne viel Geld und Aufwand schneller als der RS5 ist. Kleineres Pulli und Steuergerät anpassen, sorgen für über 400 PS. Aushalten tut der Motor das recht locker, ohne euch dabei im Stich zu lassen. Im besten Fall verbessert man noch die Hochdruckpumpe sowie Kühlung. Probleme beim V8 sowie V6 sind hier primär die Verkorkungen, die das System verdrecken. Man hat hier also die Wahl zwischen einem günstigeren Einkauf und mehr Spaß im Leben oder noch mehr Spaß im Leben und ein Leben als Stripper, um die Kreditraten zu tilgen. Doch auch Benz darf nicht fehlen. Ursprünglich dachte ich an den C55 AMG mit verbesserten M113 Z-Motor, der für 367 PS sorgt. Allerdings kommt er ohne Kompressor und ein Kompressor-Kit kostet mehr als ein Fahrzeug, das bereits auf Werk mit einem kommt. Abgesehen davon rostet der W203. Ein CLS 55 AMG mit Kompressor ist durchaus für das Geld möglich. Das ist insofern besser, da man hier mehr für sein Geld kriegt. Mehr Leistung, weniger Rost, besseres Design, neuere Technik, besseres Fahrwerk und ganz wichtig, mehr Leistung. Für einige mag das zwar nur eine Limousine sein auf der Basis eines Taxis, aber AMG steht für weitaus mehr als Ali-Mitglied oder Ausländer mit Geld. Seine Ursprünge kommen aus dem Motorsport, weil sie damals mit einer S-Klasse in der Tourenwagenmeisterschaft angetreten sind, kurz gesagt in der DTM. Man kann also sagen, dass AMG was davon versteht, große Limousinen mit Leistung zu überschwemmen. Sportdurchfahren ist also mehr als möglich. Zwar geht es keinen offiziellen Nürburgring zahlen, aber auf dem Top Gear Track damals war er quasi gleich auf mit dem BMW M5 E39 und Ferrari 575 Maranello. Allerdings auch mit einem Golf GTI Clubsport. Dadurch, dass der 55er AMG mit dem M113 Motor gesegnet wurde, ist er sehr solide, was im Umkehrschluss bedeutet, dass man so ein Auto locker finanzieren kann, weil man damit sehr schnell vor der Polizei fluchten kann bei seiner Lieblingsfreizeitaktivität. Diese Autos werden immer seltener und dementsprechend nicht günstiger. Dennoch kann man noch einige kriegen. Ab 15 gehen die Preise los und welche aus Japan mit weniger Laufleistung und vermutlich besseren Zustand kriegt man ab ca. 18-20.000 Euro. Den ultimativen Sportwagen kriegt man aber nur bei Porsche. Leider reicht es nur für einen Hausfrauen Porsche, wie er in Fachkreisen genannt wird. Das ist zwar ein verbaler Pimpslab für alle, die einen haben oder wollen, aber heute geht es um sportlich sein. Denn nicht jeder passt in einen Boxster oder Cayman rein. Da Porsche für mich nicht mehr als VW Käfer sind, kenne ich mich nicht allzu gut aus damit und musste erstmal ein paar Minuten darüber meditieren, wo der Unterschied zwischen Cayman und Boxster ist. Kurz gesagt ist der Cayman das Coupé und der Boxster die Roadster Variante, sprich das Cabriolet. Mit 20 Mille wird es etwas schwer, einen 987 Porsche zu finden. Allerdings kriegt man welche günstig aus Japan. Erste brauchbare Modelle mit zugegebenermaßen mehr Laufleistung bis fast 150.000 Kilometer gibt es mit allem ab ca. 15.000 Euro zuzüglich TÜV. Wer nie einen wollt, müsst ihr nur das Geld und den Willen haben, Ibo von Beyond Cars Japan zu schreiben. Das ist zwar deutlich günstiger als in Deutschland, aber selbst das ist schon die teure Variante, da die Dinger immer teurer werden. Das hängt wohl damit zusammen, dass viele Komponenten aus dem 911er stammen, was ihn de facto zu einem 911er macht und weil man einen 6-Cylinder-Boxermotor bekommt. Ab dem Fasel kam auch die Direkteinspritzung rein, die bei Bedarf gemieden wird. Wer Porsche mag, wird auch genau das wollen. Generell ist der 2.7 auch sehr solide und macht wenig Probleme. Der Unterhalt geht auch klar, weil Ibo sogar so einen hatte, auch wenn sie sich die Teile vom 911er teilen. Es wäre also grob fahrlässig, keine zu holen. Wenn man direkt bei Porsche immer Teile kauft, dann braucht man definitiv einen Betreuer. Er ist aus rüster Qualität, reicht auch vollkommen aus und ist eigentlich genau das gleiche. Einziger negativer Punkt ist, dass Turbo Kids um die 10.000 Euro kosten. Vermutlich, weil es ein Porsche ist und man für den VW Käfer auf Steroiden Porsche bezahlen darf. Wenn ich einen vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe auch an einen Skoda Octave RS gedacht, aber ich wollte die Kirche im Dorf lasten. Wenn nicht, liked, fährt in Zukunft Opel. In diesem Sinne Leute, tschüss. Bis zum nächsten Mal.